Ich bin ganz fasziniert, weil wir eben ja zum Beispiel den Firefighter angeschaut haben, dass es hier tatsächlich eine Verknüpfung gibt und das ist ja das, was der Fusion Campus auch nach vorne bringen soll, die Verknüpfung aus Games-Branche, traditionellen Wirtschaftszweigen, aber, wenn ich an die Feuerwehr denke, auch Behörden beispielsweise, wo sozusagen das Gaming mit den Serious-Anwendungen tatsächlich zusammengebracht werden kann und das können wir richtig gut brauchen.